Und wir ziehen so hoch und wir ziehen jetzt möglichst nah am Körper, soweit sich das mit dem Step-Up ausgeht, um die Garmann. Es geht hier noch viel zu viel. Und jetzt letzte Woche habe ich euch den Liedler ganz ein Peckchen von euch. Also der Liedler zollt ihr die Liedler den rechten Preise. Und stopp, wir kommen nun. Denkt so, steigt ihr ins Zweiteinander und setzt ihr die Liedler im Kiel des Liedler gleich. Achtung, wer die Liedler hoch ist. Den Fußgarten ziehen wir euch vor, parallel zum Boden wie am besten, ganz parallel zum Boden wie am besten. Und dann langsam modulieren. Und wir versuchen noch vier, vier, drei, zwei und stopp. Super, wir werden jetzt wieder ein Loch. Wir gehen wieder in diese Position, wieder die Stopp-Up-Gasen. Die Langsame, wir tun jetzt, desto schneller, desto schneller, desto schneller, desto schneller, desto schneller, desto schneller. Wir werden jetzt noch einmal einstellen. Schwerer aufgehen. Maxi und drüben. Und wir versuchen noch vier. Noch zwei. Und stopp. Super, Leute. Da kann man auch die Seite sein. Schwerer auf, bei der Hände, ab und runter los. Schnell den Kopfplatz an den Bett. Schnell den Kopfplatz an den Bett. Mit der Hand vom Kipp, das hüpfte ziehen. Oberklaucherei, vor. Das ist auch ein Thema, wie die Fiebermuskulatur gehen, nach Bluterauskulatur, viermal, zweimal, und da so, jetzt gehen wir den Set, da so, steigen wir den Fall, da, und jetzt gehen wir die Schultern ab und weg, jetzt hoch. Wir liegen langsam und rüssen, eben um die Suche wirklich unterzuziehen, ohne die Tausendipendenten kann sich denken, nur wie zu ruhig, Achtung, die entgegen wir den Hals, nicht in den übrigen, die entgegen wir uns nicht. Das sind die Entdeckung, die in den Übrigen, vor, ohne Schock, Schulz-Ausbocker, heiter machen wir es auch, nehmen Sie ihn so hoch, und nehmen Sie sich hier drüber 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 drüber, ab und weg und weg. Jetzt bedienen Sie die Schultern ab und weg und weg und weg und weg und weg und weg. Jetzt bedienen Sie die Hand und zurück, oder? Langsam umgelegt und jetzt gehen wir uns wieder noch zu. Vier, drei, zwei, und schau, super, deutlich. Dannlambe ich mit ihnen.